so meine freunde ich bin es mal wieder und herzlichen willkommen zu schneiberlieder 3 und der kreik helsen ist auch wieder mit dabei warum was war denn das jetzt das war wie man übt es laut ich habe eigentlich nur einen freundentanz aufführen wollen ach so wollen wir die einfach wegballern da vorne warte jetzt laut jetzt laut einer weg oh scheiße wir haben beide auf dem gleichen geschossen ich hab den anderen geiler scheiß geiler scheiß greck geht ja gut los hier bei uns wunderbar und ich glaube es hat keiner gemerkt doch die dahinten der hat es auf jeden fall gemerkt labert der oh ja 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 ich höre noch labern da kommt einer da kommt einer ich glaube die ich glaube die sind wieder okay da ist er ja aber warte mal warte mal das war gerade laut ich habe aber nicht mehr aber ich brauche nur einen zweiten schuss das scheiße kann man den hier durchsuchen kaputt gemacht ja ja ich habe kaputt gemacht ich habe ihn komplett zerstört rechts von uns rechts von uns break rechts ok beschuss 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 da oben da oben da oben gehe ich okay hat sich erledigt die halten die augen jetzt öffnen ja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß der mutter knarzt hier irgendwo scheiße er hat kontakt da ich hab ins been geschossen super super er steht nicht mehr auf auf gar keinen fall ich kriege ich immer hier außen vorbei so an am straßen hier ist echt wie immer direkt neben mir glaube schaffst du es kräg 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 von links links ja da hinten david ich sehe ja da ganz sind ja die meinte ich doch die schießen auf mich genau wie die mich treffen können ich habe ein visier scheiß von rechts er hat scheiße von rechts nein ich verblute hier von rechts kommt noch wohl den erst so rechts war noch er hat sich bestimmt hier hinter dem felsen verkrochen sehr vorsichtig da 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 ich sehe ich bin laufen wo ist denn der der rennt wieder hoch der rennt wieder hoch so ein wichser ne jetzt ist er ganz oben in der festung verschwunden ich habe nade geworfen ich habe auf jeden fall schon mal einen flack zerstört da ist auch einer draufgegangen glaube ich sehr gut sehr gut kann er jetzt doch keiner mehr schlagen ganz da hinten ja da hinten sind zwei nee vier oder drei oder in hab ich nachladen weil um das mal ganz kurz anzusprechen wir spielen natürlich selbstverständlich auch authentisch natürlich authentisch sonst geht gar nichts und das heißt wir haben keine lächerliche zielhilfe oder sowas den habe ich den anderen habe ich auch ich habe alle sehr gut sehr gut aber einer labert noch echt der links von uns hier achtung der waren explodiert gleich hast du den typen ich bin mir nicht sicher weil er hat gerade noch mal einer feindlichen schütze entdeckt gesagt nee da ist er noch okay da sind noch welche der hat sich komplett die luft ausgelöst aufgelöst kurz leise ich leise hier durchsuchen da sind noch welche da hinten krieg wo ich will keine luke haben ob bei der kaputten flack rennt er noch um aber der gut das kann man dann klein machen da müssen wir wahrscheinlich eh hin ja ja so ey vor uns craig craig ich hab ihn alter oh gott wir sneaken uns mal hier hoch ja würdsch auch sagen klar oh hier schön mit der granate das flack zerstört eben ja wunderbar eh wie sie hier liegen da ist einer da ist einer da ist haut um das bunker haut um haut um haut um hat einen headshot super den hat es erledigt dumm sack hab ich gefunden hier schmeckt nach kamelpisse ohja da hinten ist der ganze ganze hof ist voll von hier assis lass links gehen craig da steht auch einer scheiße mit der panzerfaust oh nee will er in den kraft hoch gehen ich hab ihn auf dem mit der panzerfaust der ist einer mit der panzerfaust komm hier rechts komm hier hoch craig ich bin links hoch scheiße du musst rechts hoch ist besser die mit der panzerfaust hab ich nämlich kannst du ja die kiste wegräumen oh guck mal oh god ey scheiße ich bin am verbluten warte ich komme gar nicht zu dir ich backe hier hinter der scheiße fest scheiße scheiße oh doch du kannst mich holen hä oh der ist hier direkt unter mir oh nate nate craig oh nee immer mit der ruhe immer mit der ruhe noch einer lass die scheiße nichts weg ich krieg den nicht ich krieg den nicht der winkel ist zu beschissen der hat unter uns geschmissen der ist dumm wo ist der direkt unter uns oder was ja warte mal ich geh mal runter da oh scheiße schießen ich werde beschossen ich werde beschossen hast ihn ich habe mit der granate da sind auch noch welche oh nee doch direkt unter uns warte mal ich werfe den net runter ich habe ihn ich habe ihn okay oh nicht oh nein erst mal verabscher ich auch da hinten ist noch eine flag vielleicht kriege ich die ja von hier irgendwie kaputt gemacht kann man hier runterfliegen wenn wir hier zu einer anderen Seite wahrscheinlich kannst du da draufballern ich gucke mal aber ich sehe nichts nee was hat der denn nichts schieß scheiße oh oh craig oh 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 da hin oh fuck 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 ich habe ihn gesehen ich habe ihn gesehen der trägt sich hinter der Mauer der feige Sack ich könnte dich schaffen sehr gut hier hinten ist noch ein sei vorsichtig ich habe hier dynamit und so noch eingesammelt super das ist klasse ein guter Ort meine schüsse zu verwerfen hast du roten bildschirm um dich rum oder so ne 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 wir könnens grad gut alter wie du hier hoch kriegst du läufst durch die stufen wie so ne Ente wir müssen doch die Flagge stören also wir müssen nicht aber warte 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 ich würde sagen du bleibst hier hier oben gibst mir Feuerschutz durch aber gehts nicht noch einen höher warte mal hier warte mal hier hier kann man doch auch noch rein aber ich glaube wenn wir hier lang dann ich höre sie ballern man könnte doch warte ich bin mir ein Sniper oh ne oh fuck 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 oh scheiße Craig ich verblute gleich ich muss mich auch schnell verarzen warte 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 au hier von der Seite ich komme bist du tot? ne noch nicht den habe ich den habe ich ich habe auch einen den mit der MP 44 geholt oh der steht oh lol ich habe ihn oh drei Leute haben wir hier weggerupt warte mal hier ist noch ganz oben steht einer auf vier ja der Sniper da scheiße ich bin am verbluten Craig oh ne wo bist du wo bist du oh du bist dort pass auf aber da oben sind Sniper das ist aber scheiße jetzt das ist aber jetzt richtig scheiße nein 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 lass mich in Ruhe ich schieße mit der Eier oh ich habe mit der Eier geschossen ich muss mich erst veratmen bevor ich zu dir komme ja ich hoffe du überlebst das so lange und ich hoffe ich überlebe das so lange 36 Sekunden pass auf da hinten sind Sniper in dem Turm das ist aber nicht gut absolut nicht ist hier eigentlich jetzt nein da oh ne das er noch in der Panzerfaust ich krieg den aber nicht wo sind die Schneiber in dem Turm die sind ganz oben in dem Turm und unten auf der kann ich zu dir sicher ne wenn dann musst du echt chargen chargen renn dahinter ja genau jetzt hol mich hier acht Sekunden alter kein Problem schau mit dich weiter weg 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 boah alter war das knapp boah ich muss mich noch einmal verarzt ich habe nämlich eh nen Schuss ins Behen gekriegt gut sich weiter chargen könnte ich leg mich jetzt hin und versuche den da hinten zu holen ich sag weiter so da 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 direkt vor uns was ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn auch lol scheiße gekriegt wir müssen ich muss wir müssen zurück wir müssen zu einem Scharfschützen-Nest zurück da sind zwei Sniper wir müssen zurück ja warte mal mich sieht er grad nicht ich hab ihn ich hab ihn passt ihn? ja nice aber unten ist auch noch einer auf dieser da wo diese ja was ist das da aus wie ein Kondom das Problem ist ich bin jetzt wieder hier rot wie Feuer also ich muss mich jetzt hier unbedingt wieder verarzt haben ich hab kein Verbandzeugen ich hab ihn gehittet super ah dort ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn auch lol ich hab sogar ne Killcam gekriegt wir haben beide ja nice der ist tot ja Sack wunderbar boah ist das spannend hier das ist allerdings richtig ich gehe nochmal hier dahin wo ich hier vorne ein bisschen aufräumt habe ja warte 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 ich will ja auch nicht hier irgendwie mich in Gefahr bringen aber da ist er richtig aber hier sind ganz viele Leichen platziere mal das Dynamit vielleicht an der Flak ich hab Dynamit ja ich hab ein Verband gefunden ist doch super wir sind ja Dynamit hier wie werf ich ah S-Mine ne das ist falsch wahrscheinlich einfach Dynamit hier liegt auch nochmal Dynamit ah hier warte mal ich werf mal kannst bestimmt auf F oder so hinschmeißen ja ja mach ich jetzt auch muss man das schmeißen ja ok hä will ich denn das frage ich mich auch gerade hehehehe ja das ist komisch warte mal schöne Scheiße ich werf ne Granate ich werf ne Granate hast du eine ja na mach und weg 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 ja die ist doch sehr gut aber jetzt kommen bestimmt wieder welche wette ich mit dir das kann sein ich mein das hat bestimmt einer gehört lass mal hier hoch gehen oder ich geh mal hier ja 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 oh nein wo ich falle oh nee oh nee ich verstecke mich mal hier oder geh mal hier in Deckung besser gesagt hier hinten ist er da ist einer da sind zwei oh hier gleich um der Ecke hier gleich um der Ecke hier gleich um der Ecke oh tatsächlich schaffen wir es in den oh warte mal jetzt sind die grad doof äh noch einer noch einer noch ich hab etwas gehört ich hab noch etwas gehört vier Leute sind da jetzt kann er nicht ich schieße einfach mal ich schieße einfach mal mache das ich habe nur noch wenig Munition oh nee jetzt holt ihr den holt ihr den der hat den da verarztet ich hab dummerweise grad eine Granate in der Hand gehabt ich hab ihn oh Schneider ich hab gebacken auf Schneider mir sind die Schneider hier deswegen machen wir den tot unten unten drinnen den hab ich in der Fresse geschossen ich ruppe hier die 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 Paletten ich hab Scharfschützennest betreten unten ist einer der ist ne der steht wieder auf wen hab ich noch mal in der Fresse Aua welchen mehr schießt auf mich da hinten ganz hinten da hinten da hinten da hinten jetzt ist markiert ok 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 da 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 genau dort Kappen nice unten 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 im Hof unten im Hof da neben sitzt Club noch ne ich hab nur noch 10 Schuss ne ich muss runter zu der Craig Pass auf du bleib sitzt da oben da hinten ist noch einer der kriecht da durch die Ruine Craig hör mal zu ich muss da jetzt zu der Munitionskiste die da unten rechts ist siehst du die im Ge... ähm kannst du die markieren ne jetzt nicht unten rechts da wo in den... in den Trümmern hier unten da ist ne Munitionskiste ich muss da hin ah dort ja 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 seh ich oh oh ich geb dir Deckung vorausgesetzt ich seh jemanden hinter dir ich glaube ich glaube ja genau hinter dir ist Bewegung ich komm da nicht dran ich muss mich hinstellen komm ich da dran ne ich komme ich komm zurück ich komm zurück ich hab ihn ins Behen geschossen ich komm zurück ich hab ihn ins Behen geschossen mehr könnte ich nicht treffen von dem ich glaub der ist umgefallen er ist kurz verarzt ja der ist tot warum denn zweimal warum nehmt ihr denn zweimal die die verbanen wir scheiße ich raste hier aus da hinten ist das Büro von Walen und da hinten ist die Flacke wir müssen das Flacke wir müssen erst zu der Flacke machen wir erst zu der Flacke Craig man kann ganz oben in den Turm gehen was ja man hier ist der Sniper den du getötet hast ich glaube hier ist irgendwo der Sniper da kommt die ganze Zeit der Sound von den Sniper Sniper pass auf ich wurde beschossen ich weiß aber nicht von wo ich pack mal das Fernglas da ist er ich seh ihn ich seh ihn ja ja mach ich und zwar dort aber ein Stückchen weiter links oben drauf wo ah dort ich hab's markiert ein Stückchen weiter links wir gucken ob ich den von hier sehe oh ich verblute ab abpass ok nice na das hat er kein Kerzen ne boah da unten bewegt sich noch was hier da im 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 Hof zwei Leute ahja ab und das war einer mit der Panzerfaust das wär's gewesen oh sehr ich werd beschossen ich glaube ein Sniper ich bin mir nicht sicher muss nicht unbedingt ein Sniper gewesen sein ich weiß es nicht ich hab'n lol sehr schön lass' euch mal wieder runter gehen würd ich sagen oder? na also auf jeden Fall dort dort hinter da patrouilliert die ganze Zeit einer rum hab ich gesehen ok aber die Flagge ist ja nicht mehr weit entfernt na hier müssen wir vorsichtig sein wie gesagt da ist einer ansonsten hab ich keinen gesehen da oben da oben da oben ah Headshot wurde gefördert sehr gut Vorsicht der ist hier irgendwo wo hier unten dem Tarnmuster das sieht alles ganz schön weird aus das sieht krass aus ja soll ich mal da oben ne Net reinfacken weiss ich ne ich mach das mal oh Granatangriff der hat's der hat's der ist nach unten geflogen ne hier kann man hoch aber ich weiss nicht ob das safe ist hier hoch zu gehen aber ich probier's einfach mal hier ist ok hier ist ne Mauer auf beiden Seiten ah hier hat man genau auf die Flagge hier hat man genau auf die Flagge hast du noch ne Granate? ja 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 hab ich hab ich hab ich hab dann flank mal hier runter oh Gott die schießen ja ja bleib in Deckung wir gehen durch wir gehen durch ich hoffe ich treffe die das wär auch gut ich müsste sie ist weg nein doch ich hab sie boah oder hast du nochmal ne ne? du hast doch von unten ich hab auf Achtung geschossen einer 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 humpelt hier noch rum der ist tot oh ich hab noch 5 Schuss in der MP ja ich hab nur 24 Schuss in der MP der ist tot oh ich wär von hinten beschossen sehr vorsichtig ich bin wieder fast tot ich hab den verband ich hab ihn ja ja ich lebe noch ich muss mich aber auch verratzen ich geh den mal schnell looten ich hoffe ich schaff das na hier war der 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 Typ den kann ich auch noch looten ja nur die N fehlt ne ist gut den kann ich noch looten hast du da eh noch erschossen den? hier sind auch noch welche hier sind auch noch welche sehr gut ich glaub jetzt gehen wir mal eher hier bisschen innen lang weil innen ist glaub die Deckung her ja lass hier hoch lass doch hier hin an King Quake wo? hier kommt man doch bestimmt irgendwo hier lang rum rum ach so ja he da hast du recht da kommt man doch bestimmt auch schon mal hoch da sind auf jeden Fall die Treppen oh ja vorsicht siehst du wo ich bin? ja ich bin genau hinter dir ja wir müssen jetzt da rüber Craig ja aber vorsichtig da unten da sind einige wir müssen zurück Craig wir müssen zurück wir müssen zurück ist da jemand? also wir laufen da mitten durchs durchs Getümmel dann gehen wir lieber doch außen rum ja ich versuch jetzt mal hier kann man doch hoch Craig komm mal mit dir vorsicht 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 den hatte ich ja vorhin mir gesnackt den Typen ich hoffe der hat mal ein Verbandskasten dabei das wäre von Vorteil boah hier sind übelst viele Leute du wirst die mich grad nicht sehen alles in Ordnung alles in Ordnung hat man gesagt da hinten läuft einer da ist der Tor da hinten läuft einer ok naja können wir mal gucken ob wir euch mal eine Position finden wo wir dann einen nach dem anderen ausknipsen können wenn es laut ist hier ist nicht so geil ne ich glaube auch bisschen näher ran ich glaube hier drüben vielleicht kann man hier drüber hüppen warte mal hier ist noch wop hehehe guck mal hier kann man drüber hüppen warte ich komme ich versuch mal hier noch die Leiche weil hier war noch einer den du von glaub ich getötet hat ist ok ich habe jetzt direktes Blickfeld auf ihn aber wir sind doch ganz guck mal nur 50 Meter von diesem ja wir sind mega nah dran in dem Schaden ah nein 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 komm zurück 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 da unten in den Ruinen eins zwei drei drei vier ich hole den erstmal da oben ich schieße jetzt auf den einfach oh der sieht uns eben habe ich in der Brust geschossen ich habe drei sehr gut da ist noch einer da hinten guckst du nach oben ja ja ich habe mir den Penis geschossen es tut mir leid auch hier unten komm mal rein komm mal mit ich komme ich weiß nicht ob man hier groß rein kann aber zumindest ist hier ein kleiner Gang ob man da groß rein kann warte mal kurz north oh hier ist ein Durchgang ich komme hier gibt es Gelumpe oh shit Munition Spielkarten oh Sammelkarten da eben ja das war es dann auch lass mal eine Runde Skat spielen he oh hier geht es weiter Craig oh lol das ist ja episch ey haben sie hier haben sie ein Loch gebuddelt oh geil wo sind wir jetzt ich weiß es nicht what the fuck Craig was denn ich bin unterwegs komm mal her oh hier ist ja eine Oase guck dir das an wo wir sind ey hier hätten wir gleich rein gekönnt ey das sieht man nicht oh ist das mies das ist ja krall mein das ist ja episch ey das ist ja echt geil das ist cool ja das ist mega geil das ist mega geil die sind hier rechts von uns ok da ist jemand ja hast du direkt jeden gefunden ja ist er tot ja der sagt nischt mehr ne hast du Verbande? ne ok gut dann loote du mal wenn ich abwarte kann ich meine Schüsse maski oh hier ist noch hier 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 sind zwei Verbände drin nehm du die mal ok nice hab ich ah kommst du? noch bin genau hinter dir noch was finden wir denn da nischt aber wir hören jemand wir haben doch ja grad alles aufgeräumt was oh König die drei musketiere ja genau ah scusi abdecku sind gar nicht begeistert dass wahlensvisage überall hängt oder von seiner Basis oh einer von ihnen geht heute Nacht nach Berlin mit wahlenswertvollem Notizbuch und wer wird das sein? ich weiß nicht hab nur mitbekommen dass sie sich später treffen vielleicht um zu entscheiden wer dem Führer das Notizbuch als Geschenk überreichen darf oh nee oh was ist denn hier feuern hä? feuern erst auf mein Befehl sind wir gerade entdeckt weiß ich nicht kletter das Gerüst zum Aussichtspunkt ja das scheint doch keiner zu sein mehr müssen wir da beide sein beim Aussichtspunkt weiß ich nicht sonst könnten wir uns ja verteilen na gut aber wir willst dich ja verteilen dann lass mich hochgehen du gehst links da hinten in die Dingens aber nee lass hier hochgehen dann geht einer ganz hoch und einer in die in die in die davor in die Nische ja du musst schon ehens musst du schon mit hochkommen oh nee man muss erledige was entledige dich entledige dich der Bedrohung bevor du die Offiziere beobachtest wen müssen wir hier töten jetzt? weiß ich nicht was muss ich machen ich muss den Alarm abwarten ich muss den Alarm abwarten wir treffen erst dann wenn der Alarm ausgeschaltet ist wir haben vorgehen wir treffen erst dann wenn der Alarm ausgeschaltet ist wir haben vorgehen ja das ist der Typ der die ganze Zeit meint der hat uns entdeckt aber da ist eigentlich gar keiner der uns entdeckt hat aber hier oben gibt es keine Deckung das ist scheiße man ja Craig leg dich mal nicht in meinen aber was muss man denn jetzt machen? naja Örchen wohl labert doch die ganze Zeit noch einer den müssen wir jetzt finden und meucheln bevor wir hier weitermachen können glaube der wartet auf seinen eigenen Befehl au alter hier ist ne Panzerfaust nehm mal mit ich hab mal den Panzerschreck mitgenommen na klar warum ne ja der ist hier so ein Arschloch macht der hier so was der ist hier ich hab ihn jetzt schnell zurück Craig schnell zurück wunderbar oh jetzt kommt der den müssen wir dann wahrscheinlich verfolgen oder so den müssen wir dann töten oder? ach nee ach nee nee bloß nee haha da kommen sie na warten wir mal auf die Bastarde oh ich muss sich mal hinlegen Lichtchen, 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 Lichtchen hallo, hallo, hallo kommen sie ran, kommen sie näher na der fährt hat der hat ne Sonnenbrille echt he der hat ne Granate am Gürtel die haben alle ne Granate am Gürtel ja das Selbstmordkommando soll ich mal drauf schießen? ne he noch nicht also der Linke ist es, ne? ja ja genau, der mit dem Stern über dem Nischel ha geht hier vornherein ok kriegt er jetzt wahrscheinlich die Information und dann können wir dann wahrscheinlich auch schon umklatschen soll ich ihn umhauen? nö, ich mach alter voll den Headshot reingepügelt wie das aus den anderen hab ich auch sehr gut schau mir mal die Infos erster nein, Craig, weg 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 oh das Video hat jetzt gerettet scheiß Panzer mal gebunden oder was ich hab jetzt keinen Bock auf Panzer ne, ich auch nicht wer ballert wer schießt ich hab ihn ich hol schon mal meine äh Panzerschreck raus Craig, Craig, Craig bei mir Craig, Craig Craig, Craig bei mir bei mir Craig ja der nimmt die Pistole nicht ich verblute ich hab ihn voll gebumpt ich hab die Pistole einfach nicht in die Hand genommen ich hab glaub ich irgendwelche Knöppe gedrückt so'n Graskranker scheiße wo müssen wir denn hin? dahinter? wir müssen den Panzer erschießen, glaube ist der da? der kommt da? ja warte mal warte mal ich geh mal hier hoch oh ne, von hier aus kann man ah doch da ist auch noch inner oh shit oh ne, du siehst mich nicht du Arsch ich hab den, ich schieß auf den Panzer hat der irgendwo irgendeine Motorklappe oder sowas, wo man draufballern kann? ich hab ihn super super und jetzt müssen wir uns verpissen, oder was? ja, dahinter denk ich mal, oder? ah, und verlasse die Stadt nur, dann verlasse wir mal die Stadt oh hier, wir haben hier Gegenkontakt hier ist nochmal Gegenkontakt jetzt wo? na hier, Craig hier drüben wo bist denn du? ich bin, ich bin doch grad hinter dir, ich bin doch ohne wo ich bin hier ist nochmal, hier sind nochmal Leute, hier sind Leute noch wer sieht uns? ich sage es doch ah da ich hab keine Ruhe, ich hab ihn Alter, ich hab ihn die schießen auf uns, scheiße Craig, lass sie hintergehen oh fuck, von wo denn? können wir nicht einfach die Stadt verlassen, indem wir durch den äh den Dings, den wir vorhin gefunden haben den, den Untergrund hier geht's durch den, den Kanal da die Kanalisation oh Gott, Craig ich renne jetzt, ich renne ich renne wir haben's ja, hätten wir uns doch mal getötet eben was ist jetzt? zerstöre den Panzer wir haben doch schon nen Panzer zerstört eliminieren die Scharfschützen wo ist denn hier ein Scharfschützen? ich weiß es auch nicht ich weiß es auch nicht da hinten ich verschieße dann auf mich ich hab ihn ach da ich würde sagen, dann sind wir quitt nicht wahr? wenn sie das sagen zu test, ey in letzter Sekunde Errungenschaft freigestellt boah oh alter ist die scheiße auch rum? ein Glück, ey aber hallo ein Glück boah hallo so Freunde das war's mit Schneiberleter 3 da können wir auf jeden Fall noch 3 folgen glaube ich oder 4 na na bevor hier bevor Schneiberleter 4 mit Schneiberleter 4 genau da sind wir auch mit dabei und äh ja sagen wir mal tschüssi wenn ihr hauen euer Pobiker und natürlich auch Kreikhausen clear lift aus Walens Notizbuch geht der Standort seines persönlichen Hauptquartiers hervor ein Außenposten an einem Gebirgspass Aufklärungsmissionen ergaben dass hier eine größere Einheit stationiert ist und die zerstörten Panzer deuten auf eine Tiger-Division hin Walen muss paranoid sein was die Sicherheit betrifft zu Recht vermutlich nach dem Verrat in Siva obwohl es die Sache noch komplizierter macht in sein Hauptquartier vorzudringen und ihn ausfindig zu machen er hat sich in den Ruinen eines uralten Monuments im Bergmassiv niedergelassen ich muss mich langsam durch den offenen Pass bewegen mein Gewehr wird sich über mangelnden Einsatz nicht beklagen können es wäre gut ein paar Landminen einzupacken und vielleicht kann Brauer Ziele für mich ausmachen er hat einen guten Blick dafür wo Ärger drohen könnte